Welche Funktionen von BLOOM sind für euch als Anbieter am wichtigsten? Das Wichtigste ist für uns, dass wir eine stabile und zuverlässige Lösung haben. Diese haben wir mit BLOOM gefunden. Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns sind die ganzen Analyse-Tools, die uns BLOOM bietet, wo wir auf einen Blick sehen, wo Probleme am Kunden oder wo Probleme auftreten könnten. So können wir es eigentlich ziemlich schnell beheben und dass der Kunde wieder gut zu WLAN erlebt haben. Welche Funktionen von BLOOM sind für eure Kunden am wichtigsten? Das Wichtigste, was wir jetzt sehen, ist die einfache Installation von BLOOM Superpods zusammen mit der Homepairs App. Es ist einfach, dass der Kunde es selber installieren kann und es nicht ein Techniker vermeiden muss. Sind die anderen Funktionen wie zum Beispiel Cyber Security oder Kinderschutz für eure Kunden auch wichtig? Das sind sicher Funktionen, die interessant sind für den Kunden, vielleicht noch nicht im jetzigen Zeitpunkt. Aber sicher die Sachen wie der Onlineschutz oder der Werbeblogger werden sicher auch geschätzt für unsere Kunden. Und wie ist deine Erfahrung mit der Integration von BLOOM ins ABO? Also mit dem jetzigen Modell haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten am Anfang auch das ABO-Modell bei uns. Das ist ja bei den Kunden nicht gut angekommen. Und so haben wir es eigentlich noch wirklich integriert. Eigentlich in alle Internet-Abos haben wir es integriert, das BLOOM. Wir haben jetzt wirklich ein schönes Kundenwachstum im Bereich der BLOOM-Installationen erreicht. Und auch das Feedback, welches wir von den Kunden haben, die das jetzt einsetzen, sind wirklich sehr zufrieden mit der Lösung. Das war wirklich ein guten Entscheid von unserer Seite her. Danke vielmals für das tolles Gespräch. Es war sehr spannend und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Bis zum nächsten Mal.